Der Rechtsanwalt Ich garantier dir nicht, garantier dir nicht, dass du das ganze Händel je mal sehen wirst Fang dir's ein, dann hast du ein ganzes Händel, fang dir's ein, dann hast du ein ganzes Händel, du brauchst aber den Rechtsanwalt dazu Viele Wirte werden jetzt das halbe Händel bratfertig am Tisch nehmen, weil sie sagen, das habe ich dann sofort und laufe nicht einem Händel hinterher, dass vielleicht andere Bundesländer ihren Wirten empfehlen Was denn, 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 was Hinten im Garten rum Brathändl Fang dir's ein, dann hast du ein ganzes Händl Fang dir's ein, dann hast du ein ganzes Händl Du brauchst aber den Rechtsanwalt dazu Babababam, bam, bam, bam Bada, 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 brathändl Bada, 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 b Vielen Dank.